Yododidididong, das macht dein Körper in 60 Sekunden. Das Spiel beginnt in 3, 2, 1. Du wirst 16 Mal ein- und ausatmen. Dein Herz wird im Durchschnitt 72 Mal schlagen. Natürlich, wenn ihr lauft, wird es mehr sein. Oder wenn ihr schlaft oder richtig korall chillt, wird es definitiv weniger sein. 144 Millionen Blutkörper, Zellblutkörperchen meine ich natürlich, werden gebildet. 144 Millionen. Dein Blut liegt währenddessen, die neuen Blutkörperchen legen insgesamt 12,6 Kilometer zurück. Alter, das ist so viel in diesem Körper. Weißt du, wie scheißschnell das sein muss? Du erzeugst 0,6 Gramm Kohlenstoff. Also wenn ich durch die 16 Mal in der Minute ausatmen, erzeuge ich so viel. Ja, ich verliere 348.000 Hautzeiten. Ja, du nur genauso. Natürlich, das ist der Grund, warum ich wie im letzten Video angekündigt, der Körper, ja, dass die Matratze doppelt so schwer macht. Du blinzelst ca. 12 Mal. Du hast 50 Gedanken und dein Körper erzeugt 200 Watt. Aber Achtung, steckt euch niemals eine Glühbirne in den Hintern. So, das war's. Ich hab's geschafft, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.